Ich lese aus dem unerschöpflichen und immer wieder erquickenden Roman Tristram Shandy von Lawrence Stern in der wunderbaren neuen deutschen Übersetzung von Michael Walter aus dem ersten Band, die Kapitel 23 und 24. Ich habe so rechte Lust, dies Kapitel ganz ungemein unsinnig zu beginnen und ich mag meine Laune nicht zügeln, folglich lasse ich es so angehen. Wäre in die menschliche Brust wirklich das Glas des Mommus eingesetzt, so wie es dieser Erzkritikaste als Verbesserung vorschlug, hätte dies erstlich gewiss die närrische Folge gehabt, dass die Allerweisesten und Allerernsthaftesten unter uns mit dieser oder jener Münze tagtäglich hätten Fenstersteuer entrichten müssen. Und zweitens, dass man, wäre dies besagte Glas dort eingesetzt worden, nichts weiter mehr hätte tun müssen, um den Charakter eines Menschen aufzufassen, als sich einen Stuhl zu nehmen, und man sagt hinzuzutreten, so wie man es bei einem dioptrischen Bienenkorb täte, und hineinzuschauen. Die Seele fadennackend zu erblicken, all ihre Regungen zu beobachten, ihre Machinationen, all ihren Grillen von der Entstehung bis zu ihrem Ausschlüpfen nachzuspüren, ihre losen Luftsprünge, Kopfheister und Kabriolen zu verfolgen, um dann, nachdem man auch auf ihre würdevolleres Gebaren gemerkt hätte, das unfehlbar folgt auf solche Luftsprünge etc., nach Feder und Tinte zu greifen und nichts niederzuschreiben, als was man gesehen und hätte und beschwören können. Doch dies ist ein Vorteil, dessen ein Biograf auf unserem Planeten entbehren muss. Auf dem Merkur vielleicht mag er es so treffen, wo nicht gar noch besser, denn dort muss die ungeheure Hitze des Terras, die, wie die Herren alles Berechner bewiesen haben, aufgrund seiner Sonnennähe höher liegt als die von glutflüssigem Eisen, denke ich, schon längst die Körper der Bewohner verglast haben, als wirkende Ursache, um sie dem Klima anzupassen, was die Endursache ist. Sodass Vermöge beider, der wirkenden Ursache und der Endursache, die ganze Wohnstadt ihrer Seelen von oben bis unten nichts anderes sein möchte, denn selbst die trefflichste Philosophie vermag das Gegenteil nicht zu beweisen, als ein einziger feiner, durchsichtiger Körper von hellem Glas den Nabelknoten abgerechnet. Sodass bis die Bewohner alt und ordentlich runzlig werden, was die einfallenden Lichtstrahlen so ungeheuerlich bricht, oder bewirkt, dass sie in der Gestalt schiefen Linien von ihrer Oberfläche auf das Auge zurückfallen, dass ein Mensch nicht mehr zu durchschauen ist, die Seele, es sei denn anstandshalber oder des geringen Vorteils wegen, den ihr der Nabel böte, in jeder anderen Hinsicht, sag ich, den Narren ebenso gut vor dem Haus wie drinnen spielen könnte. Doch dies ist, wie ich oben bereits erwähnte, bei den Bewohnern unserer Weltkugel nicht der Fall. Unsere Seelen scheinen nicht durch den Körper hindurch, sondern sind hinieden ein dunkles Futeral von unkristallisiertem Fleisch und Blut gepackt, sodass wir, wollen wir, zu ihren spezifischen Eigenschaften gelangen, schon anders zu Werk gehen müssen. Vielfältig wahrlich sind die Wege, die der menschliche Witz einschlagen muss, um mit Genauigkeit dieses Ziel zu erreichen. Einige zum Beispiel zeichnen alle ihre Charaktere mittels Blasinstrumenten. Vergil bedient sich dieses Weges in der Geschichte von Dider und Aeneas. Doch er ist so trügerisch wie die Stimme der Pharma und bezeugt über dem ein schmales Genie. Mir ist nicht eben unbekannt, dass die Italiener behaupten, eine eigene Art unter ihnen vorkommender Charaktere mit mathematischer Genauigkeit nach dem Forte oder Piano bestimmen zu können, womit sich jene eines gewissen Blasinstrumentes bedienen? Es wäre untrüglich, sagen sie. Ich getraue mich nicht, den Namen dieses Instruments hier zu nennen, aber keinesfalls daran denken, mit ihm einen Charakter zu zeichnen. Das klingt rätselhaft und soll es auch, wenigstens ad populum. Und deshalb ersuche ich euch, Madam, wenn ihr hier angelangt seid, so flugs als möglich weiterzulesen und ja nicht anzuhalten, um diesbezüglich Fragen zu stellen. Wieder andere wollen den Charakter eines Menschen um nichts auf der Welt anders zeichnen, als nur anhand seiner Auslehrungen. Doch dieser gibt oft eine ausgesprochen unrichtige Umrisslinie, es sei denn freilich, man machte zugleich eine Skizze seiner Einspeisungen und zöge beide, indem man die eine zeichnet durch die andere berichtete, zu einem einzigen guten Bild zusammen. Ich würde gegen diese Methode keine Einwendung haben, wenn ich nicht dächte, sie müsse zu stark nach Studierlampe und Stuhl riechen und noch mühseliger dadurch werden, dass sie einen Zwänge, auch auf die übrigen Non-Naturalia ein Auge zu haben. Warum die allernatürlichsten Verrichtungen im Leben eines Menschen allerdings Non-Naturalia heißen sollten, ist wieder eine andere Frage. Viertens gibt es dann solche, die jedes dieser Hilfsmittel verschmähen, nicht etwa wegen der eigenen Fruchtbarkeit in diesem Geschäft, sondern weil sie sich dazu verschiedener Methoden bedienen, welche sie den ehrenwerten Kunstgriffen abgeborgt haben, die der pentagraphischen Brüder vom Borstenpinsel beim Kopieren bewiesen. Das, müsst ihr wissen, sind unsere großen Historiker. Den einen von ihnen werdet ihr dabei finden, wie einen Charakter in Lebensgröße gegen das Licht zeichnet. Das ist lieblos, unredlich und hart gegen den Charakter des Menschen, der im Modell sitzt. Andere machen, um die Sache zu verbessern, ein Bild von euch in der Kamera. Das ist am allerabscheulichsten. Denn da dürft ihr sicher sein, in euren lächerlichsten Stellungen dargestellt zu werden. Und all diese Irrtümer bei der Schilderung von meines Onkel Tobis Charakter samt und sonders zu vermeiden, bin ich entschlossen, ihn überhaupt ganz ohne jedes mechanische Hilfsmittel zu entwerfen. Auch soll sich meine Griffel nicht von irgendeinem Blasinstrument leiten lassen, auf dem jemals dies oder jenseits der Alpen gespielt wurde. Noch will ich seine Einspeisungen oder Entleerungen erwägen oder an seine Non-Naturalia rühren, sondern mit einem Wort, ich will meines Onkel Tobis Charakter nach seinem Steckenpferd zeichnen. Wenn ich nicht moralisch überzeugt wäre, dass der Leser seine Ungeduld gar nicht mehr bemeistern kann, den Charakter meines Onkels Tobis kennenzulernen, so würde ich hier im Voraus noch davon überzeugt haben, dass es zur Zeichnung solch einer Sache gar kein tauglicheres Instrument gibt, als das, worauf ich mich verlegt. Obwohl ich nicht behaupten kann, dass ein Mann und sein Steckenpferd ganz genau so aufeinander ein- und zurückwirken, wie dies Leib und Seele tun. So besteht doch zwischen ihnen unzweifelhaft ein gewisser Rapport und ich halte eigentlich dafür, dass es dabei eher so zugeht wie zwischen elektrisierten Körpern, und zwar vermittels der erhitzten Teile des Reiters, die in unmittelarem Kontakt mit dem Rücken des Steckenpferdes kommen. Bei langen Ritten und großer Friktion kommt es dann schließlich dahin, dass der Körper des Reiters zuletzt mit so viel steckenpferdischem Fluidum angefüllt ist, wie er nur fassen kann. Sodass, wofern es einem nur gelingt, eine klare Beschreibung von der Natur des Einen zu geben, man sich eine ziemlich genaue Vorstellung von dem Genius und Charakter des Anderen wird bilden können. Nun war das Steckenpferd, das mein Onkel Tobi beständig ritt, nach meiner Ansicht ein Steckenpferd, das eine Beschreibung gar verlohnte und wäre es auch bloß seiner großen Einzigartigkeit bilden. Denn ihr hättet wohl von York nach Dover, von Dover nach Peserns in Cornwall und von Peserns wieder zurück nach York reisen können, ohne unterwegs ein zweites dieser Art zu sehen. Oder hättet ihr doch so eins gesehen, so hättet ihr bei aller erdenklichen Eile doch unfehlbar angehalten, um es näher in Augenschein zu nehmen. Seine Gangart und Gestalt waren für wahr so sonderlich und so ganz und gar unähnlich, vom Kopf bis zum Schwanz, war es jedem anderen Vertreter seiner Gattung, dass dann und wann ein Streit darüber aufkam, ob es denn eigentlich ein Steckenpferd sei oder nicht. Aber so wie jener Philosoph gegen den Skeptiker, der ihm die Wirklichkeit der Bewegung bestritt, kein anderes Argument brauchte, als dass er sich auf die Füße stellte und einmal durchs Zimmer schritt. So pflegte sich mein Onkel Tobi, keines anderen Arguments zu bedienen, um zu beweisen, dass sein Steckenpferd in der Tat ein Steckenpferd sei, als dass er sich auf dessen Rücken schwang und darauf herumritt. Hernach mochte dann die Welt entscheiden, wie es ihr beliebte. Auf Ehre und Gewissen, mein Onkel Tobi bestieg es mit so viel Wonne und es trug meinen Onkel Tobi so artig, dass er sich äußerst wenig Kopfzerbrechen machte, was die Welt darüber sagte oder dachte. Nun aber ist es wirklich höchste Zeit, dass ich euch eine Beschreibung davon liefere. Um jedoch methodisch vorzugehen, suche ich um eure Erlaubnis nach, euch zu förderst doch mit den Umständen Vertraue zu machen, wie mein Onkel dazu kam. Vertraue zu machen,